Es ist wieder ein Cruiserweight und wir fangen an in der roten Ecke. 84,8 Kilo wiegt er. Er ist 1,90 Meter groß, kommt aus Bishkek, Kyrgyzstan und ist 23 Jahre alt. Macht mal Lärm für Arne! Lärm für Arne! Alles Puh und Puh, alles mit einer Rieber Und nur ein Zitama Und in den Augen wird es die Gelände Das Artipen, das Bela brennt, der Bühne, der Bühne, der Kopf Die meine Jäme glücklich sind, in zwei Ereze, den Betriebs Die Pantres, die ein Wider Das bestätigt, hier alles in der Bühne, der kraft Und die keine Hände, die Rücken, die Kopf Der Bühne, der Bühne, der Bühne, der Bühne, der Bühne Ja, der Bühne, der Bühne, der Bühne, der Bühne Der Bühne, der Bühne, der Bühne, der Bühne Der blauen Ecke, heute mit 86,4 Kilogramm, er ist auch 1,90 Meter groß, kommt aus Deutschland, ist 18 Jahre alt, macht mal Lärm für Oscar! Fight that, fight that, fight that! Boom, boom, boom! Yeah, 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 yeah! Man, Ross, find dein Block und er sagt, wo du bist, wir ein Walkie-Talkie, bin auf dem Weg, ich mach Walkie-Walkie, ich hab gar nichts bei mir, außer eine Glockie, warum mein Cash wirklich ACP, yeah? Rocky, ich will nur den Pentech, yeah, 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 mach mal was! Deine Herrlein ist weg und ich way back, yo! Ich mach einen Puller wie ein Mittelnik Stendu, ich mach ihn verballert wie Benzu, Triple in Bendu, Paul wie Kimbo, guten Morgen nicht... Schönes technisches Duell, würde ich sagen. Oscar vor allem ein guter technischer Boxer. Oh! Schöne Linke von... Oh! Oh mein Gott! Oh mein Gott, er ist aus dem Ring geflogen! Direkt! Und die Fans gehen wild! Heilige Scheiße! In den ersten paar Sekunden direkt aus dem Ring. Sehr technische Boxer beide. Aber Oscar, würde ich sagen, hat einen besseren Vorteil als Arnold. Oh! Schon wieder! Zum zweiten Mal aus dem Ring geflogen! Aber es sollte kein Knockdown sein! Ey! Ey! Das darf kein Knockdown sein, er ist rausgefallen! Die Seile sind nicht sehr stabil, man fliegt sehr einfach aus dem Ring. Ich kenn's aus meinem Kampf! Ja, auf jeden Fall! Ja. Aber beide noch stabil dabei! Oh! Schön! Da muss er anziehen wahrscheinlich, ja. Aber es ist schon drei Knockdowns wieder vorbei! Er ist stark zum Körper gegangen! Der Kampf ist vorbei! Der Kampf ist vorbei! Der Kampf ist vorbei! Vorbei! Krank! In der ersten Runde! Weak one! Direkt zum Körper! Super! Was für eine Maschine! So schnell geht's! Alter! Cruiserweight! Gewinner des heutigen Tages ist... Oskar!